Trials Fusion, exklusive Action auf dem Motorrad. Wir bringen uns einmal in den Abgrund. Wir sind die beleuchteten Brüder und wir haben dieses Spiel fast durchgespielt. Wir haben es so weit gespielt, wie wir konnten. Danach haben wir uns die Skills verlassen. Wir sind schon relativ weit gekommen. Wir haben viele Level gespielt. Wir haben diesen Motorradfahrer ans Ende seiner Tage mehrfach gebracht. Wir haben sehr häufig versucht, mit ihm möglichst weit weg zu fliegen von dem Motorrad über die Sprungschanze. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Hat es. Ein kurzes, knackiges Projekt, voller Spaß, voller kurzweiliger Freude. Und ich kann es nur empfehlen, für Fans vom Automobilsport. Automobil? Motorradsport. Ja. Und für Fans von uns. Ja. Wir sind die beleuchteten Brüder. Und die, die die Essenz aus beiden bilden. Ja. Chapeau. Die Essenz. Das ist auch schon ganz schön. Ganz schöner Anspruch. Ja, du. Wir erwarten was von unseren Fans. Erwartet was von uns und guckt euch dieses Let's Play an. Es gibt manchmal technische Probleme. Mit Sound vor allen Dingen. Ja, aber nicht viel. Aber die meisten Videos sind einfach ein Genuss. Kennst du so Gen-Vermeidungstechnik? Weil ein Gen ist ja unhöflich. Ja. Das war eine. Waren. Du hast es überhaupt nicht vermieden. Du hast gegannt und dann stand normal einzuatmen. Ja. Ausatmen. Das Einmal war das... Ach so, du hast erst ein- und dann ausgeatmet. Das ist ungekehrt. Nee, das ist auch das Gen, das ist ja auch. Das ist ja ein reines Einatmen. Weil man Sauerstoff braucht. Ich glaube, wir müssen mal lüften. Gähntes Ausatmen. Das ist übrigens Quatsch mit dem, dass man so wenig Sauerstoff hat, wenn man viel gähnen muss. Ach, was ist denn dann das Gen? Weiß man nicht. Das ist ja das Wolfsrudel. Das gähnt nicht. Das ist jaulig. Nein, das Wolfsrudel ist so, dass der Anführer gähnt, um zu signalisieren, dass es jetzt Schlafenszeit ist. Dann gehen alle anderen, legen sich alle schlafen. Deswegen ist das Gen ansteckend. Für Wölfe. Für Menschen auch. Weil wir gemeinsame Vorfahren haben, die auch schon gegähnt haben. Aber die halten sich den ganzen Tag in der frischen Luft auf. Deswegen ist es außerordentlich unwahrscheinlicherweise. Das ist außerordentlich. Ja, dann ist es einfach nur dieses, können wir gehen schlafen. Willst du jetzt schlafen gehen? Nein. Nein. Okay. Aber mein Instinkt sagt mir das. Mein Instinkt will schlafen gehen. Ich schicke jetzt mein Instinkt ins Bett und dann machen wir weiter. Ihr guckt Trials, lacht euch die Schenkel weg und holt euch vielleicht noch eine Tasse heißen Kakao. Habt ihr lange nicht mehr getrunken, gönnt es euch mal. Genau. Mit richtig viel Nesquik. Ist Nesquik von Nestle? Wahrscheinlich nicht. Das heißt aber Nestle. Edeka droht gerade. Scheiße. Das heißt, das ist scheiße. 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 Du bist schlafen.